Erstmal ist einsammeln hier, chill. Lego, das ist... Das ist Lego, man. Komm schon, stürz ab. Ich muss die Wand erst nass machen. Mach ich aber noch mit. Versuch mit deinem Charakter mit übersinnlichen Sinn verbogene Gegenstände zu finden. Na so, komm schon. Wir müssen das Ding nass machen. Hulk am aller Stärksten. Oh, smash! Oh, hat nicht geschafft, den Blatt. So, dann bauen wir erst mal schnell zusammen wieder hier. Wow! Eine Wassermaschine, yeah! Geht mal klar. So, was müssen wir jetzt machen? Erstmal nass machen wir hier. So, jetzt kommt wieder Hulk zustande. Aber das, das... So, mit einem Charakter mit übersinnlichen, menschlichen Sinn verbogene Gegenstände zu finden. Okay, können wir anscheinend noch nicht. Wir kommen bestimmt hier nochmal hierher. Bestimmt, 100 Pro. So, wir müssen erstmal mit... Oh, Hulk, du fette So, passt hier nicht durch. So. Bäm! So. Nur Charakter, die macht über... Blablabla. War zu schnell weg, könnte er ja selbst schließen. Und ich bin dann wohl ich, ihr Super-Nullen. Viel Glück, wenn ihr hier vorbeikommen wollt. Das ist mal was, was man nicht alle Tage sieht. Ein großes Gebäude, das noch nicht mir gehört. Alter, das ist echt fies, man. Also. So, ab geht's hier. Nein! Oh, Mann. Ah, okay. So. Wuhu! Da haben wir's geschafft. Oh, oh. Oh, oh. Sandsturm. Hm. Yeah. Na ja, in dem ein Fenster rein und wieder... Wir nehmen die U-Bahn zum Bugle. Scheint, als müsste ich mir meinen Weg durchkämpfen. Spider-Man. Danke, dass du vorbeigehüpft bist, Spider-Man. Ihr Avengers habt es schon wirklich drauf, Chaos anzurichten. Hey, das hab ich gerade ersetzt. Sandman ist nämlich der Mörder von Spider-Mines, äh, Onkel. Ja, wer das noch nicht gewusst hat. Also. Ich wusste schon immer, dass um deinen Namen viel Wirbel gemacht wurde, Tony. Aber das hier geht etwas zu weit. Wir müssen den Strom ausschein. Spider-Man sagt ja immer, ich stehe mir selbst im Weg. Kannst du an einem Faden schwingen? Ach, natürlich kannst du das. Na, Wurtwitz. Kannst du an einem Faden schwingen? Aber erstmal alles schön kaputt machen hier. Alles erstmal einsammeln. Na, wieder da drauf, wenn man... Ah! Erstmal speichern. Versuche mit einem Charakter mit immer sinnlichen, vorbeugenden Gegenständen zu führen. Nein. Mann. Komm schon, Ralk. Ah, wasser! Zack! Nee, wir hätten ja das gerade gemacht. Ah, okay, so. Komm schon. Erstmal alles kaputt machen. Oh, Spider-Man ist ja mal richtig nice. Wuhu. Oh, wir haben jetzt schon so viel Scheiße gesammelt. Das geht hier mal gar nicht, jo. Mein Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Du solltest solche Griffe ziehen können, wenn du etwas da... Spider-Man! Geht mal klar hier, los. Ab geht's. Wo ist Hulk? Wo ist Hulk? Wo ist Hulk? Wir brauchen Hulk. Aber erstmal Steine sammeln. Was so geil ist. Komm. Oh, komm schon. Steine sammeln. Steine sammeln. Steine sammeln. Ich mag Lego. Halt die Grücke drücken, wenn wir noch höher. Oh, das hätten wir jetzt auch schon mal. So, wo ist Spider-Man. So, wo ist Spider-Man? Komm schon. Das ist immer so ein Fangspiel. Wo ist Spider-Man? Mein Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Was ist das? Hat er gerade da dran gekloppt? Oh, den hat er ja auch zerstört. Warte mal. Okay, mal sehen, was wir hier haben. Was ist das? Oh, den hat er ja auch zerstört. Oh, der glitzert so schön. Nee. So. So, dann machen wir hier mal weiter. Komm, Spider-Man. Macht kaputt. Spinnen sind. Was ist in der Nähe? Hier ist was in der Nähe. Ah. Der Spinnensinn. Ja. Dann starten. Oh, der hat ja richtig Kraft, Spider-Man. Komm schon. So, können wir jetzt endlich. Ups. Der Spruch ist schon alt. Da kannst du mal was Neues einfallen lassen. No. Mal sehen, wie wir das hier hinkriegen. No. Hulk, denk dran, dass du dich wieder zurück verwandeln kannst, wenn du dich beruhigst. Stimmt. Dann kann ich hier auch hochklettern, oder? Yeah. Komm schon, wer hat's im Hulk? Die brauchen dich. Aber... So, und... Kabum. Mal sie jetzt. Ah. Oh nein. Ich schmelze. Ich schmelze. Ja, schmelz mal, schmelz. Ich meine, ich erstarre. Ich erstarre. Oh, was deine Welt. Nein. Vor allen Dingen, er schmelzt. Er schmelzt. Oh, geile Action-Einlage hier. Geiles Teil. Geiles Teil. So, Hulk. Hulk, wo bist du? Komm schon, Hulk. Ich kann das jetzt nicht gebrauchen. Ich habe schon genug Probleme, auch ohne Sand im Hand. Oh. Ihr glaubt, ihr könnt mich aufhalten? Jetzt zeige ich's euch. Oh. Wow. Dieser Typ treibt's echt zu weit. Hat da jemand was von Treibsand gesagt? Stimmt. Mir wankt der Boden unter den Füßen. Ich hasse es, so hackenmäßig überlegen zu sein. Aber ihr zwei habt es nicht anders. Ey, das ist doch scheiße. Au, das hat weh, Mann. Zack. Ja, Zement und Sand, ne? Und so. Ist halt scheiße. So. Wo ist halt? Kabum. Ich mach dich kaputt, Sandman. Dieses Mal habt ihr mich gekriegt. Aber ich werde euch dennoch schlagen. Au, au, au. Er hat zwei, wir sind zu dritt. Nein. Nein. Oh, nein, nein, nein. 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 Okay. 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 Komm schon, bevor er zuschlägt. Moment. Schwinden sind schon wieder. Was ist das? Ah, kann schon. Und das machen wir auch kaputt. Wasser ohne Ende. Spritze, Sandman, voll. Los, spritz voll. Los, los, los. Spritze ihn richtig zu. Na, haben wir endlich. Wuhu. Wuhu. Achso, da ist noch was. Zack, schön in den Kopf rein. Hulk macht den Rest. Kopf weg. Oh, Stanson, Stanson. Er hat Stanson am Kopf. Jetzt mal Kaffee trinken. Und so. Sichere diesen kosmischen Stein, Colson. Und lass ihn zur Analyse ins Labor der Fantastischen Vier bringen. Ja, Sir. Hm, Hulk, könntest du uns mit dem Schrott hier ein bisschen zur Hand gehen? Mit dem ganzen Schrott. Ihr nennt sie kosmische Steine? Sie stammen von dem Sky-Styper, dem ihr begegnet seid. Reed Richards ist beauftragt, herauszufinden, warum alle so scharf drauf sind. Danke für deine Hilfe, Spider-Man. Bei diesem Einsatz gibt es immer einen Platz für einen Helden wie dich. Als ob ich dafür Zeit hätte. Erstens habe ich morgen eine Trigonometrie-Prüfung. Für meine Tante soll ich ein Dutzend Eier besorgen. Und außerdem sterbe ich fast vor Angst. Wer steckt nur dahinter? Was genau haben die vor? Und heißt das, ich kann nicht mehr so lange in der Wanne liegen? Keine Ahnung. Ich wünschte, ich wüsste es. Und ja, Tony, wie gibst du dich zurück zum Stark Tower und bring mir ein paar Antworten? Geil. Also das Spiel ist voller Humor auf jeden Fall. Geile Sache. Ich finde es schon richtig geil. Ich habe es, also... Ich habe es mir, ähm... Boah, wie viele Helden gibt es denn? Sie verarschen. Es ist ja... Roxenwester. Sandman. Ah! 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 Das muss einer erst mal schaffen, ja? Ah! Danke, dass ihr euren Generalissimo gerettet habt, Brigadiere. Excelsior! Stan Lee. Wer ist denn eigentlich nochmal Stan Lee? Keine Ahnung. So, Geschichte fortsetzen. Ähm... Ich mache ja erstmal eine kleine Pause, weil ich muss ja auch noch hochladen, ne? Für euch. Und ich sage dann mal, bis später. Wir sehen uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.